So Leute, auf geht's ins Gefecht. Also wie gesagt, Loot ist ja echt megamäßig und ich denke mal, ihr werdet es auch nicht verpasst haben, dass der kleine Gusor mittlerweile die 15k geknackt hat. Und was macht man da natürlich, wenn man die 15k geknackt hat? Dann sagt man sich, hey, ist doch vollkommen egal, ist mir ja gar nichts wert. Doch, natürlich, deswegen wird heute gestreamt und nicht irgendwann, sondern jetzt gleich. Also ich denke mal so zu 16.30 Uhr werde ich anfangen. Höchstwahrscheinlich nur eine Stunde. Aber ich werde auch nicht irgendwie Bogenchecks oder sowas machen, sondern wirklich, es geht darum, dass wenn Helden Gameplays rauskommen, dass ihr die wirklich seht, einfach im Stream, dass sobald halt einer rausgehauen hat aus meinem Clan, jetzt aus dem Spirithawk Clan, wenn einer wirklich mit einem Wächter angegriffen hat, dass ich euch das zeigen kann. Und dann ist das schick. Weil wie gesagt, das ist ganz klare Geschichte. Dann will man meiner Meinung nach nicht einfach so einen Bogencheck haben, sondern wirklich, dann will man sehen, was ist neu. Lohnt es sich? Lohnt es sich nicht? Wie ist denn wirklich der neue Held? Und so weiter und so fort. Ich denke mal, das ist wirklich richtig interessant. Und das möchte ich euch natürlich auch geben. Ganz klare Geschichte. So, jetzt gucken wir mal hier, dass wir hier noch das letzte bisschen rausholen. Und jetzt seht ihr selber, ich bin Kristall 2. Also ja, genau, Kristall 2. Und das mit dem Farmen geht halt so mega geil. Weil nebenbei, Boost könnt ihr jetzt machen, ab jetzt 5 Gems 1 Stunde. Also ist es nochmal runtergerechnet worden. Es war ja am Anfang, wenn ich nicht ganz falsch liege, war es ja früher so, dass man nur 4 Stunden boosten konnte, was totaler Quatsch war. Dann habe ich mich schon richtig gefreut, dass es auf 2 Stunden runter ist. Und jetzt 1 Stunde ist mega nice, dass man sich wirklich ganz chillig hinsetzen kann. Sagen kann, gut, okay, komm. Nächste Stunde drehe ich mal richtig schön am Zeiger und mache hier mal richtig was klar und fertig aus. Also Boost ab jetzt mit einer Stunde möglich. Wie ihr sagt, Base ist größer. Ganz klare Geschichte. Und noch ein kleines Update. Frostzauber. Doch ab Town Hall 9 möglich. Ich hatte es einfach verpeilt. Den kann ich jetzt auch bauen. Achso, wenn ich ihn bauen kann, kann ich ihn doch garantiert auch upgraden, oder? Lasst es uns schauen. Ne, okay, also den könnte ich nicht upgraden. Okay, dann ist das halt so. Aber ansonsten, wie ihr sagt, kommt gerne auf ChemCord vorbei. www.chemcord.com slash live slash Guzua. Da wird gestreamt. Ich wünsche euch was und wie ihr sagt, um und bei eine Stunde. Das war's von mir. Ciao, ciao.